Trends Up Magazine Style Shop? Geil, it made my day Wirklich Ich hatte heute so eine böse Menschensituation Weißt du? Manchmal sind Menschen, die haben total Hass Und was hatte ich? Ich bin mal als Kollegen Zeichen Boah, was? Kann ich gar nicht verstehen Also ich hatte heute so richtig Hass Ich mache nur so Sparsaktionen und Kunst und Sport Und dann hat die mich so hasserfüllt Ja, verhandelt Das hat mich natürlich runtergezogen Und deswegen gerade so Piso Das gibt mir was zurück Weißt du, das ist so eine positive Situation heute Du wüsstest mich auf dich Einfach zu überlegen Ich bin natürlich drastisch Wirklich Und dann wüsst dich Und bei dir ist es das事 Ich bin natürlich hochwertig Und dann zu einem Untertitelung des ZDF, 2020